Das letzte Upgrade für Level 13. Ich mach mal die Rekruten auf 12, oder? Das ist mein schönes, fettes Upgrade. Auf geht's. Und damit erreichen wir zum ersten Mal Level 13 in Clash Royale. Äh, Free2Play in Clash Royale. Da haben wir es. Das sind schon die Star Points. Alter, ich fass es nicht. Free2Play einfach Level 13.